Also wir fahren jetzt zu einem Reifenschaden auf der A3 auf einem Parkplatz. Dort hat der Kunde angerufen, dass er einen Reifenplatz hat. In der Firma haben sie geschaut, ob wir einen Reifen lagernd haben. Den haben wir natürlich da. Und jetzt fahren wir raus, montieren das Rad ab, wechseln wir einen Reifen und stecken ihn wieder rauf. Dann kann der Kunde zügig weiterfahren. Also wir sind jetzt beim Kunden angekommen. Wie man sieht, ist hinten rechts außen der Reifen platt. Man kann jetzt noch nicht so wirklich sagen, durch was er platt ist, aber wahrscheinlich durch einen Einfahrschaden. Und den werden wir jetzt runterschraufen, das Fahrzeug zuerst aufgocken, sichern und dann schraufen wir ihn runter und dann sehen wir mehr. Also das Fahrzeug mal heben wir jetzt an mit dem Luftheber. Dann bauen wir es unter und dann montieren wir das Rad ab und fahren wir zurück in die Werkstatt, dass wir das Neue drauf machen. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir den richtigen Adapter finden, dass das Fahrzeug auch nicht runterkippen kann. Genau, das Fahrzeug ist jetzt auf der rechten Seite hochgehoben. Haben wir mit Holzstöcke gesichert, dass wenn es wirklich runterrutschen würde, dass nichts passieren kann. Und jetzt können wir das Rad abschrauben. Das Rad ist jetzt locker. Jetzt heben wir es runter und laden wir es in unseren Servicewagen ein und fahren wir in die Werkstatt, dass wir es vom Mund geben können. Wie man hier sehen kann, hat sich da der Kunde irgendein Nagel oder irgendein spitzes Teil eingefahren und hat den Reifen durchstochen. Wie man hier sehen kann, hat sich da der Kunde irgendein Nagel oder irgendein spitzes Teil eingefahren und hat den Reifen durchstochen. Den Reifen entspannen wir jetzt auf die Montiermaschine, damit er nicht mehr verrutschen kann und fest sitzt. Dass wir den alten Reifen abmontieren können und den neuen Reifen, den der Kollege vom Lager schon hergerichtet hat, wieder drauf montieren. Genau wie man hier erkennen kann, sieht man, wo der Gegenstand durchgestochen hat. Aber leider ist er nicht mehr hier und können auch nicht sagen, was das genau war. Jetzt schmieren wir den neuen Reifen, damit er leicht auf die Felge rutscht und montieren wir ihn drauf, pumpen ihn auf und fahren wir wieder zum Kunden. Den Reifen müssen wir schmieren, damit er leicht auf die Felge rutscht, weil wenn man ihn nicht schmiert, dann könnte es sein, dass man den Reifen beschädigt. Also der neue Reifen ist jetzt am Fahrzeug schon wieder drauf. Der steht schon wieder auf seinen eigenen Füßen und jetzt müssen wir natürlich die Radmuttern nachziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, damit der Kunde die Räder nicht verliert. Der neue Reifen ist drauf, der Kunde ist zufrieden, er kann weiterfahren, ist alles festgezogen. Er ist glücklich, kann weiterfahren, damit ist der Auftrag beendet. Wir fahren jetzt wieder zurück in die Werkstatt, rüsten unser Servicemobil wieder auf, dann sind wir wieder einsatzbereit für den neuen Kunden. Danke fürs Zusehen!